Ja, da waren wir schon drin, Bobby. Ja, tatsächlich. Beide Drachen tot. Oh, wie sie direkt gegenüberstehen. Oder hintereinander? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist fucking creepy. Und ich verstehe nicht, wieso der eine schon so schnell gestorben ist. Wir haben nur ein, zwei Mal draufgeschlagen irgendwie. Das war auch ein bisschen sonderbar. Und ich wusste auch nicht, dass das geht. Mit zwei Drachen auf einmal. Wieso ist hier Feuer? Ah, jetzt wurden Hochhelfen stürmen. Ja, scheiße passiert, würde ich mal sagen, ne? Aber wo jemand dem Drachen nicht gewachsen ist. Wieso kommt denn jetzt schon wieder so eine epische... Warte mal. Wo kommt er denn her? Ich dachte gerade, cool, das wäre ein fucking Wehrwolf. Ey, diese Wälder, ey. Ohne Scheiß, die sind aber nicht freundlich. Aber jetzt sieht man wenigstens mal die Laternen. Hüüüüü, so ein Laternchen. Es leuchtet. Es ist knuffig. Oh, wir sind ja schon am besten Weg. Kann man ja wirklich sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da vorne ist das ja schon. Optimalst. Und hier soll ich noch nie gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Dragonbridge. Und wir gehen jetzt ins... Foreshields. Auf Kurse. Das ist gut zu wissen. Hast du in letzter Zeit irgendwelche imperialen Kuriere gesehen? Ja, haha, aber wie sieht es aus, wenn ich dir 194 Geld gebe? Weg hier, weit hier. Never. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen und ihn uns... ...holen. Die Frage ist, wo ist er? Map. Oh, da ist aber schon ein Stück. Wenn ich jetzt ein Pferd hätte, ne? Wo geht denn der hin? Wo ist mein Pferd? Oh, ich kann ein Pferd rufen. Ich weiß es. Oh. Offenbar wird mir offiziell kein Pferd gerade zugeschrieben. Das finde ich zutiefst beunruhigend und unschön. Doch, da ist es. Perfekt. Let's go, wir haben jemanden zu fangen. Wisst ihr, wer klug ist? Nicht ich. Wir kriegen dich, du imperialer Kurier. Wir sind schnell, wir sind groß. Wir können backen. Ich kann leider nicht backen. Überall Tote. Hey. Hey. Es geht ab. Nicht rennen. Was ist los mit dir? Ich kann nicht den Chat zu stoppen, Citizen. Ist das so? Ja, er muss ja nicht direkt so wahnsinnig werden hier. Die imperialen Dokumente sind jetzt in meiner Hand. Er hat übrigens zuerst angerufen, möchte ich nur kurz sagen. Ich habe nichts gemacht. Schon wieder so ein... Ding. Tod. Mit einem leeren Pferd. So sad. Und einer Redguard. Merchants Journal. So, wir werden mal reichen. Oh, was hat sie denn hier hinten drin? Gold. Portion of my healing. The Wolf Queen. Wie auch noch so ein, zwei andere nette Dinge. I begged my husband not to go, but he just wouldn't listen. He said if he delayed the shipment even another week, the Legion would find someone else to take it south. Let them keep their blasted money. The road to Whiterun is dangerous these days, everyone knows it. So many caverns have been attacked. So many travelers vanished into thin air. Some say it's only bandits, but there are rumors of wars, goblins, ghosts, witches. Twenty years we've been married now, and I can't bear the thought of losing him. I'm not letting him go alone. Not this time. We live or die die together. Mara, preserve us. Er ist ja so richtig gelaufen, dass die jetzt tatsächlich zusammen gestorben sind. Zumindest sehe ich dich. Die Frage ist, wo ist er? Jetzt so zwei Meter weiter sieht man einen toten Typen mit so einem... Na, hier ist er. Ah. Ja, das ist traurig. Tut mir leid. So, stimmt. Jetzt hast du die Dokumente. Jetzt können wir die fälschen und dann den... The Feind! ...in die Hände spielen. Und dann guckt der doof. Ah. Und wendet sich... Okay. Dann führen wir halt diese Dinge aus, die mir hier gesagt wurden. Und dann führte die aus und dann denkt er sich... Oh, was habe ich nur getan? Es war so dumm. Und dann denken wir uns... Fushboy. Good work. Let's see what you got. Hmm. Ich weiß mehr von unseren Plänen als ich dachte. Nicht gut. Oh, was ist das? Forge Snowhawk ist in need of reinforcements. Wir machen sicher, dass sie nicht die. Gib mir einen Moment, während ich ein paar, um, Korrektions zu diesen Reporten mache. Da geht's. Nico. Make sure, dass diese Forge-Dokumente zu den Legate in Morthal kommen. Sie sollten ihnen die falsche Idee geben und uns die Vorteile. Wegen der Aufnahme ist der 1. Oktober und der 1. Oktober ist crazy. Wir haben einmal startet der GTA Online. Das wird nochmal richtig übel. Dann kommt da ein neues Terraria-Update raus. Was auch witzig wird, weswegen wir eine neue Season starten. Und die Battlefield 4 Beta wird freigeschaltet. Heula, die Waldfee, es geht langsam los. Das Ende des Jahres bedeutet viele Spiele. Wobei so viele Spiele auch wieder nicht. Aber schon einige Spiele und vor allen Dingen halt die Spiele, die für uns so wichtig sind. Nämlich Multiplayer-Shooter. Davon gab es ja jetzt bisher im Jahr nicht so viele. Zumindest sind nicht so viele spannende. Wir spielen ja immer noch irgendwie MW2. Hardy hat große Hoffnungen für Ghosts. Und... Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe nicht so große Hoffnungen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es wird trotzdem ganz okay. Und Battlefield 4 wird, glaube ich, auch nochmal sehr gut. Also wir werden sehen. So, hier. Habe ein Blick auf die Probleme. Es ist nur ein Wettbewerb. Ich habe hier so wichtige Dokumente. Ist das so? Ich habe meine Uniform gegen das getauscht, was ich anhabe. So komme ich einfacher am Gegner vorbei. Ja. Ich glaube, es würde sein. Gute Gedanken. Danke, Soldat. Lass uns diese Reporten ansehen. Ich habe noch 5 Gold gegeben. Das ist ja knuffig. Das ist knuffig lieber Legatorinus Duilus. Kann ich mir ein Getränk verkaufen? Oder ein Lolli. Oder ein Schnuller. Ne? Wache? Morphal sieht irgendwie komisch aus. Hm? Ich etwa müde? Kann es etwa sein, dass ich etwas müde bin? Ja, das kann. Denn es ist schon spät. Zwei Livestreams waren dieses Wochenende. Und ich konnte an keinem teilnehmen. Einmal von Munda und einmal von uns. Weil ich bei meiner Freundin war. Was auch schön ist. Aber ich konnte in den Livestreams nicht mitmachen. Good Job. Ulfric war richtig über dich. Ich bin glücklich, dass du mit uns mitmachen. Reportieren. Du gehst zum Fort Snowhawk. Meet die Brüder, die vorbereiten für den Atacke. Dann befreit sie in die Imperioren aus. Als du überwägenst, werden wir den Forte garrisonieren. Was sagst du? Kannst du das tun? Aber selbstverständlich. Das Fort ist das Gute des Auers. Gut. Du hast echtes Feuer in dir. Ich mag das. Talos guckt dich. Mir kommt es so vor, als hätte ich diesen Spruch schon mal gehört heute. Eventuell habe ich mich auch vertraut. So. Join the man Tekken fort Snowhawk. Kann ich eigentlich... Nee. Ich dachte gerade kurz, ich könnte jedes Pferd einfach so stehlen. Kann ich aber offenbar... Nacht. Wo soll das sein, dieses... Habe ich das jetzt nicht ausgewählt? Doch, habe ich ausgewählt. Ich gucke in alle Ecken, sehe kein Pfeil. Doch da soll es sein, in der Nähe von Morphe. Da muss man nur hin... Sich bewegen... Tun... Lassen... Gehen. Und wenn man dann da ist, dann kommt der Moment, in dem man die Klinge zückt und Leben beendet. Dann werden Lieder gesungen von Snowhammer, the mighty warrior of the north. Mwahahahaha. Zumindest noch heiße ich Snowhammer. Wer weiß, wie häufig mich der Ulfric noch umbenennen wird. Ich finde das respektlos, fällt mir immer so auf. Respektlos. Er kann nicht meinen Namen bestimmen. Ich bin ein Nord. Ich kann meinen eigenen Namen bestimmen. Und den habe ich bestimmt. Mein Name ist viel geiler als Snowhammer oder Bonecracker oder wie sie mich alle nennen. Mein Name ist Pete. P-I-I-T. Wahrscheinlich poppt das gerade voll krass, weil ich keinen Popschutz drauf habe und die ganze Zeit P sage. Das ist ja... Phänomenal. Ach ja. Irgendwie mag ich sumpfiges Gebiet nicht so gerne. Sümpfe sind mir ein wenig ungeheuer. Ich habe Respekt vor Sümpfen. Sümpfen. Nicht vor Sümpfen. Sinfonien. Nein, vor Sümpfen. Noch mehr Poppen. Poppen ist immer gut. Oh, ich glaube, die sind schon sauer auf mich. Yep. Wie wäre es, wenn ich diesmal die anderen vorlasse? Halten wir da was von? So, abflüchtet. Sie haben uns in der Tasche. Okay, ich folge euch doch. Ihr könnt nicht treffen, denn ihr stinkt nach Magie. Wer machte mal unten die Barrikade zack kaputt? Was macht denn ihr da? Ups. Kann passieren. Take over for Snowhawk by defeating the enemy... Oh, ist das schon hier? Oh. Viele, viele rote Tote. Bitte. Böse hier auf mich. Hier oben hatte ich. Meine Zusammensweise sind natürlich einige. Naja, falsche Waffe. Richtige Waffe. Das ist ein großes Fort. Das ist im Ernst. Ist er der Freund oder Feind? What? Komm, erzähl mir, was du hast. Show me, was du hast. Shake your booty. Die Leute, hier sind sie alle. Boah, habt ihr das gesehen? Das war quasi fast ein Triple Kill. Nicht einfach spawnen. Das ist frech. Die spawnen immer die ganze Zeit. What the fuck? Nicht Raya, ihr Zaun. Raya geht's gar nicht so gut. Ich sollte mich auf jemand anders konzentrieren. Die sind Imperiat? Oh. Ich hab's aber heute auch drauf mit der Friendly Fire. Wie geht's dir so? Hm? Was sagst du? Nicht so gut? Machst du ein kleines Snickerchen, ne? Kann man machen. 0% Remaining. Die fliegen jetzt. In den Daher. Raya killt sowieso. Boah, ich dachte grad schon, wie der ich hat Raya killt. Holla die Waldfee. Report. Oh, da hinten ist ein Drache. Ach lol, ist ja witzig. Ja, man sieht hier zwischendurch einfach mal aus der Ferne ein Drachen. Ja, warum nicht? Von mir aus könnte es mehr von denen gehen. Das war ja auf einmal ein Problem. Einer fällt ja vor Schreck schon um. Hier sind noch Enemies nearby. Dann suchen wir mal diese Enemies. Diese Anemies. Und verscheuchen die oder legen ihnen das Handwerk. Du bist Stormcloak. Und du bist ein fliehender Gegner. Was machst du da jetzt? Die triffst du an meinen Respekt. Kann ich jetzt? Bitte, bitte teleporten. Ja, kann ich. Da ist die Freude groß. Da bin ich kein Trauerkloß. Da mache ich mir in die Hose. Frage mich, was soll es bloß? Dieses ewige Getoß. Äh. Oh Gott. Ah, hilf mich. Ich brauche Schlaf. Sorry. Ich hole mir jetzt Schlaf. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Oh Gott. Also soll ich ein, wie ich mal, wie gesagt. Ich kann es mir nicht. Aber ich werde es nicht.